Hey, hier ist Chrissi und willkommen zu meinem neuen Video. Ich sitze hier gerade auf dem Boden. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist jetzt... Ja, egal. Auf jeden Fall habt ihr schon gelesen, im Titel, um was es heute geht. Ich wollte schon so lange dieses Video machen und heute ist es eigentlich soweit. Und zwar werde ich jetzt heute den ganzen Tag ein Assi sein. Also mich so benehmen, so anziehen und ja, einfach so wie ich sonst ja nicht bin. Hoffentlich. Boah, mein Junge, lass mich doch mal schlafen. Alter, verpiss dich doch, Mann. Chrissi? Chrissi? Was willst du, Junge? Ja, komm doch mal her. Lass mich doch schlafen. Ja, komm. Komm du doch her, wenn du Probleme hast, Mann. Ja, nur weil ich zu vorn bin. Komm her. Junge, ich komme nicht rüber und dann gebe ich dir eine. Ja, komm. Lass mich jetzt nicht schlafen, Mann. Chrissi, bitte. Ich komme nicht rüber und dann hast du eine Hand weniger. Ja, dann habe ich eine Hand weniger. Lass mich doch nicht schlafen. Oh, komm doch. Ich gebe dir den Stress, Mann, Junge. Lass mich jetzt in Ruhe schlafen und ich komme rüber. Oh, Chrissi, komm. Das reicht, Junge. Komm jetzt her. Ich komme jetzt in meine Faust, Mann. Halb eins und die weckt mich schon. Für nichts, Mann. Willst du jetzt was schlafen oder was? Jetzt möchte ich mich auch noch schminken. Boah, ey. Morgen wecke ich die. Um 10 Uhr mit einer Wassermann. Boah, ey. Jetzt habe ich dann auch noch verkackt, was soll das? Heute ist ein Schester. Boah. Junge, was meinst du nicht? Was kommt da so wenig? Junge, ich sage es euch. Das hier ist das beste Leben. Einfach rein. Und dann hast du Zähne geputzt. Also es ist wirklich ein guter Ersatz. Musst du unbedingt ausprobieren. Also wirklich gute. Ich schwöre, ich schwöre wirklich. So, Junge, wird Zeit, meinem Freund zu schreiben. Bro. Was für Brov. Bro, Mann. Was willst du? Bro, ey. Was geht? Alter, willst du mich verarschen? Ich habe dich als Ärzt gefragt, Mann. Was für Brudi? Was für Bruno? Ich schwöre, ich mache dich fertig, Mann. Nichts in Eier. Nichts in Eier, nur weil du keine hast? Jo, was geht, Bro? Leute, bei dir. Was machst du? Du bist ja nicht mein Kind. Was geht? Geh mal weg. Wird du Stress? Wird du Stress? Wird du Stress? Wird du Stress? Bro, lass mich das nehmen. Ey, Dika. Hey, Dika. Oh, lass mich das nehmen. Ich habe voll die Muckis. Wow, siehst du? Voll Muckis. Gelber Schrauben saugen, sofort. Was willst du? Ich war arbeiten. Warum ist das? Was überhaupt auch nicht? Weißt du überhaupt, wie man Bananen aufmacht oder was? Oder was? Was hat Bananen mit Staubsaugen zu tun? Dabei gib Gas. Dabei. Dabei. Wird du Stress? Zwerg? Raboti, raboti. Nichts in Raboti, Raboti. Dabei. Ich sage mal Raboti, Raboti. Weiß schon. Was? Sei mal Zwerg. Zwerg nennst du mich? Hm? Ich habe hier die Ohren. Ich habe hier die Ohren. Morgen ist 10 Uhr Schulhof. Nee. Doch. Nee. Und dann bist du feinlich. Ich gehe um sechs zur Arbeit. Also fünf. Fünf, okay. Fünf, ja. Ich nehme hoch am Edmiet. Ja, und ich wähle ein Bildchen mit. Ja. Ja. Dann sehen wir uns. Hallo. Geh doch an, Mann. Oh, Chrissy. Boah, was will der? Wenn der schreckt? Nein. Du musst... Chrissy. Was? Vielleicht musst du einfach mal in die Steckdose machen. Was ist Steckdose? Ja, das Kabel. Du bist echt nicht schlau, ne? Boah, Alter, was will der von mir? Ja, ist immer noch nicht an. Ja, drück auf den Knopf. Was willst du von mir? Nein. Was machst du da? Was bedeutet das? Warum packst du Schulsachen? Du schwänzt doch sowieso immer. Schule ist dafür da, um den ganzen kleinen Scheißer zu verklocken. Ich muss doch zeigen, wo es lang geht. Ja. Ja, was ja? Hör doch mal auf. Lass die kleinen Kinder doch in Ruhe. Ich verstehe hier eh kein einziges Wort. Ja, sieht man. Oh, das ist ja gut. Wenn du gerade bei Bällchen bist, kannst du auch mit ihr rausgehen. Was will ich von mir? Ja, geh mal mit ihr raus. Sie will raus. Ich? Warum gehst du nicht selber raus? Ja, weil sie das nicht kann. Willst du über den Balkon schmeißen oder was? Was willst du von mir? Willst du Stress? Ja, gib ich Stress. Willst du Stress, Bella? Hm, 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 hm? Wann lass mich in Ruhe? Was willst du? Was guckt die mich so an? Na, Uli, bist du bei der? Was? Kannst du auch Deutsch oder so? Ja, tja. Was, was guckst du so? Hallo, was will die? Ja, genau, geh. Was legst du mich ab? Soll ich dich auch mal ablecken? Wohin gehst du? Was legst du auf einmal so? Das ist mein Job. Lass mal. Oder bist du Stress? Hä? Bist du Stress? Bist du Stress? Geh weg. Ja, genau, geh weg. Boah, was willst du? Ich gehe jetzt zu meinem Freund und zeig dir mal, was lang geht. Du hast einen Freund? Der tut mir ja leid. Kevin, wenn du das siehst. Ist das nicht Mohammed gewesen? Nein, Mohammed doch nicht. Doch, du hast mal von Mohammed gesprochen. Ja, das ist ein Typ, der mir hilft, immer andere zu verkloppen, aber auch nicht mein Freund. Was wolltest du da? Hm? Hm? Nein, nee, jetzt doch. Geh weg, der Lachstumpfel. Hey, Dika, hast du falsche, hast du zwei linke? Ich zeig dir nur noch mal. Zwei linke Füße. Was willst du von mir? Geh mal von meiner Küche. Oh, ich komme wieder. Kapusgeschlag. Schmeiß sie raus. Der hat ja schon mit dem Lachstumpfel. Oh, geh zu Kevin. Nee, ich mache dir die Türen. Schuhe schmeiße ich dir aus dem Fenster raus. Tschüss. Ja, und? Wo fehlt gleich die Polizei? Ja, mach mal. Ja, mach ich. Ja, mach. Mach mich so auf. 1-1-3, oder? Ey, Bro, was geht? Komm raus, Digga. Was sagst du? Lass dich rein, Digga. Hallo, willst du Stress oder was? Was ist los mit dir? Komm raus, Kids. Hallo, ich bin extra zu dir gekommen. Hallo? Geht's dir gut? Du bist voll der Opfer. Komm raus jetzt. Was ist los mit dir? Komm raus. Was guckst du so? Willst du Stress? Was ist los mit dir? Was ist mit los mit dir? Was ist mit los? Äh. War ich ja nicht mehr drauf? Ja, ich schreibe links. Oh, Celle, du legst einen Nacken, Celle. Kann ich auch, das war ich. Ich schreibe rechts, Leute. Bist du behindert, oder was? Ich mach dich nach. Wie, du machst mich nach? Du bist immer behindert. Nee, ich mach dich nach. Nein. Bist du dumm? Was schau, Alter? Ich mach dich nachts. Natürlich bin ich dumm, oder? Entschuldigung, ich bin dumm. Alter, ich bin eine Pumoschi. Schreck. Das ist Stress! Das ist Stress! Ich muss mir nicht mehr bewegern! Boah, Junge! Du bist voll der Opfer! Voll der Fettling! Du bist voll der Unartikel! Was bin ich? Was? Kannst du schon sehen? Wenn ich dich jetzt auch noch mehr, das würde Stress geben! Es würde sowas für Stress geben! Ich gebe gleichs für mich nichts genug! Genau wie man mir erzählt würde! Was? Von der Opfer, ey! Von der Opfer! Guck mal! Artikel lernt du noch mal, du Vogel! Ich bin kein Gymnasiast! Oder wie das auch heißt! Das heißt Gymnasiespaß! Ja genau! Ich brauch kein Zimmer, wir sind Gymnasium! Boah, die Kurse sind wohl unter Zimmertemperatur oder was? Dein? Dein! Dein ist schon im Minusbereich bei den Kalten draußen! Was denkst du eigentlich von mir? Ja! Junge, das ist weh! Boah Junge, jetzt geh mal Essen machen! Ich hab Hunger! Nur noch in Küche! Warum ich? Ich bin bei dir zu Besuch! Voll der Gast und freundlich, Mann! Hallo! Ich rede mit dir! Ja! Was ist das hier für Scheiße? Das ist deins! Schule? Deine Schule! Komm weg hier! Nichts Schule! Schule ist da, um Kinder zu verprügeln! Warum gehe ich sonst in die Schule? Darf ich fragen, was du in der Schule machst? Ja, den Kindern zeigen, wo es lang geht! Was die später werden wollen und so! So wie ich! Das will niemand werden! Ja, das denkst du! Was soll das eigentlich? Voll respektlos! Ich respektlos? Ja, Mann! Dich mal angeguckt! Was willst du mir damit sagen? Willst du Stress? Soll ich dich da runterschubsen? Nein, nein, nein! Dann können wir das machen! Guck mal, guck mal hier in die Kamera! Dann siehst du dich! Mach dich jetzt Kamera aus! Ist das live oder was? Ich kann auch aufnehmen! Und dann siehst du die! Ihr könnt mal abschneiden, wie du so bist! Nichts aufnehmen! Ich bin voll Kamerascheu! Hol dich gleich den Mohamed und dann gib dir eine rein, Mann! Mohamed hilft mir immer! Du hast mir doch was schuldig! Was guckst du? Nein, man guckt mich dann aus dem Herzen! Was? Was? Ich wollte dich irgendwas fragen! Was denn? Was? 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 Ja! Geh mir schaubsaugen! Mein Hirschchen. Ist es gut? Musst du lachen, das genau, oder was? Ihr seid voll die Opfers. Warum packst du Sachen? Du gehst doch sowieso nicht zur Schule. Schule ist dafür da, um den ganzen kleinen Scheißer da zu verpop... Prügeln. Muskel, das ist das, was du nicht hast. Was ist das alles? Das, was du nicht hast. Aua. Typisch, Chrissy. Gar nicht. Du bist voll typisch, ey. Typisch uncool. Boi, Junge, ich bin nicht 50 für die Kamera. Schau jetzt mal ehrlich, ich schwör. Mach mal aus jetzt. Nee, ist gut. Muss ich jetzt ändern lassen, oder was? Muss ich Tschüss sagen. Tschüss. Yo, Digga, hinterlasst die Daumen nach oben. Sonst komm ich rüber und gib dir Stress. Kanal auch abonnieren. Sonst hol ich Kevin noch dazu. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Ach so, weiß ich nicht. Nee. Das war ein Witz. Boi, Junge, ich schwör. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ball sagt man nicht als Asi, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.